Ich bin lange weg. Ich habe Spaß gehabt als Trainer, aber für mich nicht in Frage. Meine Lebensplanung ist ganz anders, sowohl privat als auch beruflich. Ich fühle mich einfach budelwohl in meinem Leben. Ich fühle mich einfach budelwohl, habe eine Verantwortung auch gegenüber meinem neunjährigen Sohn. Da bin ich ganz toll und mit Begeisterung Papa und versuche ihn so in die richtige Richtung zu lenken. Ich versuche mit ihnen viele Dinge zu erleben, die ich vielleicht in der Vergangenheit nicht erleben durfte mit meinen anderen Kindern. Und deswegen ist, wie gesagt, der Posten nicht unbedingt das, was ich mir zurzeit vorstelle.